Hier bei Tirol heute Zeit für ausführliche Stadtspaziergänge durch die Bezirkshauptstädte. Prominente zeigen uns dabei ihre liebsten Plätze und Orte mit vielen persönlichen Erinnerungen. Diese Woche ist Robert Hippacher mit der vielseitigen Sängerin und Songreiterin Sarah de Blu durch Lienz spaziert. Die Osttirolerin hat ihm dabei unter anderem verraten, warum ihre Karriere schon im Kindergarten begonnen hat und warum sie immer blau gekleidet ist. Die Dolomitenstadt Lienz. Sonnenstadt, Schulstadt, Einkaufsstadt. 12.000 Einwohner wissen das südliche Flair von Lienz zu schätzen. Auch die Singer-Songreiterin Sarah de Blu, die in der Bezirkshauptstadt zur Schule gegangen ist. Fein Sarah, dass wir uns da in Lienz treffen dürfen. Du bist ja eigentlich eine Matreierin, aber Lienz ist die Bezirkshauptstadt. Was verbindet dich ganz kurz gesagt mit Lienz? Ja, sehr vieles. Also bin da Park gegangen, Musikpark, dann gleich sozusagen nach der Hauptschule eigentlich bald einmal nach Lienz gezogen, weil viele Freunde, also fast alle Freunde waren da. Da haben wir halt in Lienz so viel mit den musikalischen Sachen angefangen, die Bands und so weiter, ausgegangen. Und ja, meine Jugend sozusagen in Lienz verbracht. Welche Gedanken hast du, wenn du so an Lienz denkst, wenn du weit, weit weg bist? Also Lienz ist für mich natürlich selbstverständlich die Sonnenstadt. Und das, was mir so gefällt, ist einfach dieses italienisch-ostirolerische Flair. Also das wirklich, wenn man da über einen Hauptplatz geht, das ist so wunderschön einfach. Also großer Italien-Fan und großer Lienz-Fan. Sarah de Blu ist eine vielseitige Sängerin. Sie hat bei The Voice of Germany genauso teilgenommen, wie bei der Song Contest Vorausscheidung in San Remo. Sie wurde auch Gewinnerin des Golden Stack in Rumänien. Zurzeit ist sie unter anderem mit Flo's Jazz Casino on Tour. Das ist doch ganz was anderes, wenn man dann auf großen Bühnen ist. So mit, so da auf der kleinen Bühne wahrscheinlich, oder? Ja, so Lampenfieber würde ich jetzt sagen, ist schon auf großen Bühnen ein bisschen größer. Weil wenn man so beim Donauinsel oder so vor 20.000 Leuten alle richtig, wow. Aber wenn es tolle ist, du kriegst einfach die Energie zurück. Und ich sage immer zu meinen Schülern Lampenfieber, weil es immer ein bisschen gut, ich bezeichne das immer so als Konzentration. Wenn man so ein bisschen konzentriert ist, glaube ich, dann passt das. Apropos Schüler, jetzt können wir schauen, wo du in die Schule gegangen bist. Ja, genau. Eine besondere Bühne findet sich beim Borg Lienz. Eine Arena für Schulaufführungen aller Art. Im modernen Amphitheater hat auch Sarah mit dem bürgerlichen Namen Köll ihre ersten Auftritte und Schulerlebnisse gehabt. Da gibt es viele, viele tolle Erinnerungen. Ein paar lustige, ich kann mich noch erinnern. Damals meine geliebten Adidas Superstar oder Lehrer vom vierten Stock dann runtergeschmissen, weil wir haben ja nicht die Schuhe anhaben dürfen. Und plötzlich sind meine Schuhe dann einfach vom vierten Stock heruntergefallen. Eigene pädagogische Methoden, du hast andere pädagogische Methoden. Kann ich mir vorstellen, du bist jetzt auch Musikpädagogin und unterrichtest das, oder? Genau, ja, ich bin ja da auch Musikpark gegangen, also bin ausgebildet worden, musikalisch, Klavier und auch Stimmbildung und so weiter. Hab dann auch IGP studiert und jetzt unterrichte ich auch Gesang. Geht sich das alles auszeitlich? Ja, es ist ein bisschen stressig, aber das geht sich noch aus, ja. Wir schlendern weiter durch die Altstadt von Lienz, vorbei an gemütlichen Kaffeehäusern und beim Stadtmarkt von Lienz. Sarah de Blu lebt in Nordtirol und genießt deshalb den Stadtbummel in Lienz. Dass dir die Musik in die Wiege gelegt ist, ist bekannt durch die Mutter. Aber was war denn so der erste Schrei der Sarah de Blu? Der erste Schrei, ja, ich kann mich noch erinnern, im Kindergarten so ein Musical, die Vogelhochzeit. Da hast du schon damals die Hauptrolle als Küken bekommen und ja, dann ist das so weitergegangen. Mit der Mama viel Musik gehört, also Michael Jackson, Whitney Houston, nachgesungen, imitiert, auch Schallplatten gehört. Und ja, das war eine sehr coole Zeit damals und so hat es, glaube ich, eigentlich angefangen. Also du weißt ja nicht, das Blaukehlchen schon. Das Blaukehlchen. Warum Blau? Ja, also hat eigentlich angefangen mit meiner Blues Band, also dieses Filling Blue und blauer Look, blaue Augen natürlich, also Kostüme oder Kleider immer, blaue Farbe. Gefällt uns allen, sehr gut, der Family und mir. Und ja. Dann schauen wir, wo es uns jetzt hintreibt, ins Blaue wahrscheinlich. Ins Blaue, genau. In einem Musikgeschäft in der Rosengasse treffen wir einen alten Weggefährten von Sarah, den Musiker Clemens Herzog. Der richtige Ort, um unseren Stadtspaziergang musikalisch ausklingen zu lassen. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Für eine wunderbare Wanderung. Ich wünsche euch noch ein feines Jammen. Dankeschön. Dix. 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 Amen.